Oh, Schweinchen. Da werde ich mal ein paar mitnehmen. Bam. Danke. Zack. Na, verreckt, komm. Nein, du bleibst hier, hör mal, Kollege. Hat er nicht mal was dabei gehabt, der Sack. Ach, komm schon, ich möchte jetzt einen Cave haben. Bam. Irgendwie tut sich hier nicht viel. Dann ist die Map doch nicht so gut, wie ich dachte. Ja, komm, wir gehen einfach mal dahinter, da muss irgendwo was sein. Ich meine, ich kann sie mir nicht erzählen. Ja, da muss einfach was sein. Bam. Ach, genau, ich brauche... Ach, nee, ich darf die ja nicht töten. Ach, nee, ich kann... Genau, ich brauche eine Schere. Um Schafe zu... Die Wolle abzuziehen. Früher ging das, glaube ich, indem man sie getötet hat. Das geht nicht mehr. Und mit Wolle kann man ja ein Bett bauen. Und ein Bett brauche ich auch noch, also... Wisst ihr Bescheid? So. Nein, nein, nicht mit dem Schwert, dann geht das so schnell kaputt. So. 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 Alles klar. Hüpfen wir mal da hoch. Es muss doch irgendwo mal ein Eingang zu einem Cave sein. Zur Not muss ich doch das nehmen, was ich vorhin gesehen habe. Ja, das eine, wo ich wieder raus bin, wo ich eigentlich ein Waypoint machen wollte und es dann doch nicht getan habe, weil ich... ...behindert bin. Ich glaube, da gehe ich jetzt auch wieder hin. Weil hier scheint echt nicht viel zu sein. Hier sind zwar haufenweise Berge, aber die nützen mir jetzt auch nichts. Und ich mache mir jetzt doch mal eine Crafting Table. Damit ich... Oh. Oder auch nicht. Damit ich, ähm... Was wollte ich sagen? Ja, damit ich mir eine Schere machen kann. Ich glaube, eine Schere konnte man mit Eisen machen. Hier und hier. Genau, das ist eine Schere. Und damit kann ich jetzt... Äh, Schafe, die Wolle abziehen, damit ich mir ein Bett machen kann. Das testen wir gleich mal. Hallo, Mann. Bam. Ah, ne. Hier. Ah ja, genau. Okay. Ey, komm her, du Schwein. Ich mache dich nackig. So. Holen wir uns mal ein bisschen Wolle. Ich glaube, drei Wolle brauchen wir nur pro Bett, aber... ...ein bisschen mehr kann ja auch nicht schaden, ne? Wir schauen, dass wir hier irgendwie runterkommen, ohne direkt zu sterben. Ja, hat ja gut geklappt. Wir snacken mal ein bisschen was, weil wir hungrig sind. Ja, noch eins. Komm. Aber ich glaube, nur wenn die rechte Leiste voll ist, dann regenerieren wir automatisch Leben. Also hoffe ich, dass zumindest mal irgendwo mitbekommen. Okay. So, kann man sich ja auch runterbuddeln. Dann verliert man kein Leben dabei, ist ja praktisch. Ah, jetzt ist die Spitzhacke wieder nicht da. Hackespitz, komm her. Komm. So. Aua. Mann. Ich entferne mich gerade ziemlich weit von meinem Haus. Ach ne, das ist ja schon da hinten, okay. Ja, gehen wir erstmal wieder Richtung Haus, denn ich denke, es wird bald dunkel werden. Habe ich jetzt viel erreicht hier draußen, nämlich eigentlich gar nichts. Aber ich muss ja auch selber erstmal überlegen, was ich überhaupt machen will in Minecraft. Ja, du kannst so viel machen. Du kannst irgendwas bauen, oder du kannst nur sammeln und kannst dir riesen Lager anlegen, oder du kannst einfach nur... Keine Ahnung, was du alles machen kannst. Das weiß ich nicht. Du kannst auf Monsterjagd gehen, du kannst... Ja, weiß ich nicht. Schafe vergewaltigen, ne, das kannst du nicht. Das wäre auch irgendwie ein bisschen pervers. So was wollen wir ja nicht. So. Gehen jetzt hier ab. Ach, hier war doch irgendwo der Seiteneingang. Dann gehe ich mal durch den Seiteneingang, weil ich cool bin. Wollte ich mir eigentlich... Ey, ist es der Eingang oder nicht? Jawoll. Dann mache ich mir jetzt eine Tür hier rein. Ich baue das noch ein bisschen aus. So. Zack. Zack. Naja, das kann eigentlich so bleiben. Tun wir mal eine Fackel hier hin. Wo kommen die am besten hin? Da. Und da. Komm her, Workbench. Ich brauche die jetzt dringend. Und da. Zack. Und dann einmal eine Tür bauen. Weil ich so toll bin. Und dann. Verdammt, die Fackel war fail. Cobblestone da, Mann. Zack. Zack. Dann machen wir da eine Fackel hin. Und da noch eine. Jawoll. Oh, hier muss ich noch abflachen. Sonst stoße ich mir da oben den Kopf an. Das wollen wir ja nicht. Okay. Die lasse ich mal da stehen, würde ich sagen. Jetzt gehen wir mal hoch und gucken, dass wir... Ja, ich weiß gar nicht, was wir machen. Wir gehen in das andere Cave, genau. So, was können wir hier noch machen? Also, Dinge habe ich soweit. Werkzeuge. Genau, wir wollen noch ein paar Sachen in die Kiste packen, die wir jetzt nicht unbedingt brauchen. Aber wir wollten noch Fleisch machen, genau. Wir brauchen Fleisch. So. Und da können wir, glaube ich, noch ein bisschen Holz verarbeiten. Genau. Tun wir das mal da rein. Flint. Ich weiß nicht, für was wir Flint brauchen. Lagern wir erst mal. Wolle, genau. Ich wollte mir ein Bett machen. Ähm. Ich glaube, das ging so. Zack, zack, zack. Jawoll. Ein Bett. Jetzt legen wir... Können wir da reinbauen? Ne. Ähm. Er kommt dann... Ähm. Wie mache ich das am besten? Hm. Ich brauche irgendwie viel Platz fürs Bett. Ja, was heißt hier viel? Also ein bisschen was. Dann mache ich mir hier so einen kleinen Raum, sage ich mal. Wo ich dann... Ja, ein bisschen... Nächtigen kann, sage ich mal. Machen wir das mal weg hier. Zack. Ja. Die Größe dürfte ungefähr reichen. Wir machen das hier noch weg. Naja, wobei, ich muss noch weiter hinter, weil ich möchte es ja noch mit Stein verkleiden. Also... Können wir schon ein bisschen größer machen. Wollen wir mal nicht so sein. So. Oh, kaputt. Kaputt. Dann nehmen wir hier... Bäm. Oh, ich muss aufpassen. Was ist das denn? Oh, oh. Ähm. Habe ich hier irgendwo Dreck? Ja. Da habe ich Dreck. Machen wir da mal... Machen wir da mal hier überall schön zu, denn... Wir möchten ja... Wir möchten ja keine bösen Männer hier drin haben. In meinen Schlaf gemächern, das wäre ja nicht so schön. So. Okay, hier müssen wir auch noch zumachen. Zack. Zack. Oh, hier oben vor allem. Das ist doch erstmal groß genug. Und ich wollte das noch verkleiden mit Cobblestone, damit das ein bisschen schöner aussieht. Ob das dann wirklich schöner ist, weiß ich nicht, aber... Was soll denn? Ich mache es einfach. Zack. Zack. Hey. Das war Fail. Der muss weg. Ach, hier genau. Da brauchen wir noch was. Zack, zack. Dann... Machen wir da nochmal eine Tür rein. Zack, 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 zack. So. Bäm. Jawohl. Dann habe ich hier eine schöne Tür. Die Musik ist mir gerade ein bisschen zu... Anstrengend gewesen. So. Und hier können wir jetzt unser Bett reinstellen. Ja. Wir könnten hier schlafen. Wenn wir ins Bett gehen, dann wird es wieder Tag. Also, wenn wir unbedingt Tag haben wollen, dann können wir das tun. Ne, ist ja ziemlich flach hier, aber hey. Zum einfachen Pennen reicht es doch, würde ich mal sagen. So, dann... Mache ich mir mal ein Schild. Eigentlich voll dumm. Brauche ich gar nicht, aber... Ich möchte es mal probieren, wie das geht. So, genau. Das können wir jetzt hier hinklatschen. Zack. Und dann schla... Äh... Ja, was schreibe ich da hin? Schlafzimmer. So. Steht hier Schlafzimmer. Oh, toll. Mein erstes Schild in Minecraft. Ich bin so gut. Das ist festlich. Das muss weg. Ich möchte hier Holz haben. So. Zack, zack, zack. Dann machen wir einmal hier eine Fackel und da eine Fackel. Und dann passt das doch. So. Was können wir denn noch machen? Ja, ich hätte so gern von diesem Haus hier einen Zugang in ein Cave, aber irgendwie will das nicht funktionieren. Warte mal, kann man das irgendwie umstellen, dass dieser fette Button hier nicht angezeigt wird, mitten in der Landschaft? Äh, Marker Options. Marker. Ja, genau. Disabled Icon. Disabled. Ja, das passt. Jetzt habe ich es nur noch hier auf der Karte rechts oben. Das ist schöner, wie ich finde. Alles klar. Gut. Da ist es noch ein bisschen dunkel. So. Dann schauen wir mal, was wir noch so haben. Denn ich denke, ich wollte mich jetzt eigentlich mal hier auf... äh, Cave-Suche begeben, sozusagen. Oh, ich brauche Fackeln auf jeden Fall. Ich habe nicht mehr viele. So. Das muss erst mal reichen. Tun wir schon mal die neuen Werkzeuge rein. Gut. Alles klar, dann tun wir noch ein bisschen was ins Cave. Äh, in die Truhe. Cobblestone. Zack, zack, zack. Gravel auch. Ein bisschen Dirt nehmen wir mit, falls wir uns irgendwo hochbauen müssen. Das eine Eisen kann weg, die Wolle kann weg. Okay, und im Ofen müsste ich noch Fleisch haben. Hä, kann das sein? Wo ist mein Fleisch hin? Da müssen wir uns hier wohl noch mal Neues... Oh. Ich bin so dumm. Das ist Fleisch. Da ist es ja. Aber wir braten uns hier noch mal das. Nehmen wir das mal da hin. Na, geh weg. So. So, wir warten schnell, bis das Fleisch fertig ist. Und in der Zeit mache ich mal kurz einen Cut. Bis gleich, Leute. So, das ist der Gast. Und das ist der Truebene. Und das ist derchiedene legitimately. Und das ist der Vorteil. Vielen Dank.